Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Sprich-Hund-Talk. Gesprochen habe ich mit Annika Meier vom Hundetraining in Herford. Und zwar haben wir über das Thema kleine Hunde gesprochen. Hallo Annika, ich freue mich total, dass du heute beim Sprich-Hund-Talk dabei bist. Und ja, ich denke, als erstes stelle ich gerne erst einmal vor. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Annika, ich komme aus Herford. Das ist so im nördlichen Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bielefeld. Und bin seit 2019 so semi-selbstständig mit meiner kleinen Hundschule. Und mache hauptsächlich Einzeltraining. Und ja, so meine Lieblingsthemen sind so ein bisschen, ja, tatsächlich kleine Hunde und eigenständige Hunde. Und ja, aufgeregte Hunde mag ich auch ganz gerne. Okay, spannend. Also genau, du hattest dir auch gewünscht, dass wir heute über das Thema kleine Hunde sprechen. Genau. Finde ich total spannend. Weil ich habe ja so einen mittelkleinen, also nicht ganz kleinen, aber auch nicht groß. Meine hat eine Schulterhöhe von 39 und die ist so knappe 10 Kilo. Wie sieht das bei dir aus? Wie sind deine Hunde? Ich habe eine Bolonka-Hündin, die hat so viereinhalb Kilo. Und einen Kernterrier, der hat so, naja, wenn er zehneinhalb hat, ist er gut. Und ich glaube, momentan hat er elf oder so. Also, der ist relativ kompakt und auch relativ groß für den Kernterrier, auch wenn es ein Rüde ist. Warum hast du dich für kleine Hunde entschieden? Das war tatsächlich so, dass ich in der Stadt im dritten Stock gewohnt habe und dann gedacht habe, das ist eigentlich ganz praktisch. Andererseits habe ich auch schon immer so ein bisschen mit den Terriern geliebäugelt und fand die super und habe dann so ein bisschen hin und her überlegt. Und habe, bevor ich den Filou mich dann dafür entschieden habe, auch überlegt, na, soll es vielleicht eher so ein kleiner Begleithund sein? Und, ach nee, ich wollte einen Terrier haben. Und meine Hündin ist tatsächlich geerbt, so in Anführungszeichen. Okay, wobei die natürlich, die ist ja voll in meinem Beuteschema, ein bisschen gelockt, ne? Die ist auch total süß und aber tatsächlich, ich glaube, ich würde, also ich habe die total lieb und so, ne? Aber ich würde sie mir selber nicht aussuchen. Tatsächlich, sie ist mir ein bisschen zu klein. Ah, okay, spannend. Genau, die hat, hast du gerade gesagt, knappe vier Kilo, ne? Und die haben natürlich auch wirklich sehr, sehr kleine Beine. Weißt du, die Schulterhöhe? So klein gar nicht, so 28 Zentimeter oder so. Okay. Und ich finde, die ist, so wenn man, also, so wenn man definieren will, ich würde für mich, würde ich immer so sagen, so ein kleinst Hund so bis fünf Kilo und so ein kleiner Hund bis zehn und alles darüber ist dann irgendwie ja schon so mittel, klein. Groß, wie auch immer. Und ich finde selbst, die Elsche ist gar nicht so besonders zart oder so. Also da gibt es ja noch, wenn die zwei Kilo Hunde, ne? Aber ja, die ist halt schon irgendwie relativ winzig. Was macht das für dich aus, zum Beispiel in Hundebegegnungen, wenn du mit so kleinen Hunden unterwegs bist, spielt das für dich eine Rolle oder sagst du, das ist für mich völlig egal? Nee, das ist für mich nicht völlig egal. Das spielt tatsächlich eine Rolle, weil einfach, also ich habe auch mit der Elsche eine Hündin. Ich habe immer gesagt, ich will keinen kleinen Kleffer haben. Jetzt habe ich eine kleine Hündin, die in Hundebegegnungen gerne mal bellt. Und meine Wahrnehmung ist so, dass die einfach viel schneller doofe Erfahrungen machen. Also da muss das Gegenüber, das ist ja gar nicht doof und böse meinen, wenn da einfach so ein Junghund ankommt und mal gegenrempelt oder mit der Pfote mal, also was sich nur groß aufbaut, dann ist das ein ganz anderes Level vielleicht an bedrohlich oder an unangenehm für so einen kleinen Hund. Ja, vor allen Dingen auch schon durch den Größenunterschied. Wenn du dir vorstellst, du hockst da ganz unten und da kommt einer, der deutlich größer ist, der guckt ja immer irgendwie von oben und wirkt dadurch schon viel bedrohlicher, ohne dass der überhaupt doof davor rempeln muss. Also wenn man sich mal tatsächlich auf dieses Level von so einem ganz kleinen Hund begibt und ich merke das bei der Elsche auch, die passt schon extrem gut auf, dass die nicht, also auch so bei Menschen und so, dass die nicht getreten wird oder so. Also das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Da habe ich eher mal irgendwie, wenn der Filou hinter mir irgendwie so stand, dann läuft man ja schon mal dagegen, aber sie ist da schon sehr bedacht darauf, dass da nichts passiert. Ja, da merke ich tatsächlich für mich auch, da ist also zwischen den viereinhalb und diesen zehn irgendwas Kilo schon nochmal einen Unterschied. Also der Körperbau beim Terrier ist viel kompakter und bei dem habe ich auch in Hundebegegnungen nicht so, der ist auch vom Typ anders. Der ist da auch schon so ein bisschen lockerer und, aber auch bei dem merke ich, der braucht auch keinen fünfmal so schweren Jungrüden, der sich vor ihm aufbaut. Findet er auch so halblustig? Ja, also was ich spannend finde, ist auch, dass du auch das Gewicht ansprichst, weil mein Knicker, der ist vor der Kastration also nochmal zwei Kilo weniger schwer gewesen und war also schon sehr, sehr schlangen und wirkte dadurch auch viel zerbrechlicher tatsächlich. Und das spricht so ein bisschen der Terrier so ein bisschen kompakter und der Knicker jetzt nach der Kastration auch ein bisschen kompakter, wirkt aber überhaupt nicht mehr so zerbrechlich. Auch für mich jetzt so irgendwie so das Gefühl, okay, der kann jetzt auch mal einen Hund, der ein kleines bisschen größer ist, entgegentreten, ohne dass der gleich irgendwie komplett über einen Haufen gerannt wird. Und ich glaube auch, dass das auch bei den anderen Hunden so ein bisschen so ankommt. Das glaube ich auch. Also ich denke schon, dass Hunde ziemlich gut wissen, wie groß sie sind und was sie, oder auch ja in Erfahrung machen, was sie für eine Wirkung auf andere Hunde haben, wie sehr ihre Signale ernst genommen werden. Da gibt es ja auch kleine Hunde, die das total super gut können, je nach Lernerfahrung. Aber wenn die natürlich gelernt haben, egal was ich mache und ich muss hier maximale Geschütze auffahren, damit man mich in Ruhe lässt, dann ist das so. Aber das finde ich, sieht man auch oft. Also meiner deeskaliert sehr schön, aber viele große Hunde reagieren da gar nicht drauf. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn er so richtig schön deeskaliert, dass ich denke, wow, das ist richtig cool, so möchte ich das gerne sehen. Da reagiert der andere überhaupt nicht drauf und kommt einfach ran und überschritt da Individualdistanzen bei meinem. Und sobald der aber anfängt, auch ein bisschen zu drohen oder sich mal frontal ausrichtet und so, es funktioniert einfach besser in der Kommunikation bei größeren Hunden tatsächlich. Und es scheint mir so, dass die kleineren bei den größeren tatsächlich etwas deutlicher werden müssen, weil sie sonst überhört werden oder auch einfach die Meinung übergangen wird. Kann ja auch sein, dass der große Hunde sagt, okay, ich sehe das zwar, dass du den Kontakt jetzt nicht so möchtest, aber ich probiere es trotzdem. Ja, und das ist natürlich, ich finde es ganz spannend, woran liegt das? Also liegt es einmal daran, welche Lehrerfahrungen gemacht wurden? Liegt es daran, dass es ja auch immer nochmal so Welpenstunden gibt, wo irgendwie alle Hunde übereinander purzeln dürfen? Und dann sind die Größeren dann irgendwann im Vorteil körperlich? Liegt es daran, und das ist ja das, was du anfangs gefragt hast, so wie gehe ich so in Hundebegegnungen? Und gut, mit Elsie treffe ich nicht oft Hunde, die kleiner sind. Aber mit Filou gibt es ja schon ein paar, und das ist schon für mich ein anderes Gefühl, wenn ich denke, naja, meiner ist ja eh größer und stärker. Auch wenn der andere Kleine da ein bisschen selber so ankommt und ein bisschen unsicher oder so ein bisschen guckt und ich sage, na, wie wird das? Mache ich mir nicht so einen Kopf, wenn ich weiß, ich habe den größeren und stärkeren Hunden. Das ist ein interessanter Effekt, wenn man das selber so an sich merkt, und das ist natürlich andersrum vermutlich dann auch genauso. Natürlich, wenn ich einen großen, stabilen Hund habe, dann gucke ich eher, wenn so ein Kleiner da ankommt und denke mir, naja, im Zweifelsfall, wenn die sich nicht verstehen, meiner ist fein raus. Genau, also das geht mir tatsächlich auch so. Also alles, was gleich groß ist oder kleiner, sagt nicht, ja gut, gucken wir mal, wie es läuft. Aber, ja, so wird das bei den Besitzern von größeren Hunden tatsächlich auch sein. Und dementsprechend, ja, sehen die das oftmals viel, viel lockerer als ich dann in den Begegnungen. Wenn ich ja so sage, hier, meiner hat Angst, dann sage ich auch, meiner tut nichts. Und ich sage dann aber, ja, aber meiner will nicht und der hat halt Angst. Und, ja, das erlebe ich tatsächlich auch so und ich erlebe es auch bei mir so. Also ich reflektiere mich da auch immer ganz gerne selber. Und, ja, es ist so, was kleiner ist, denkt man, okay, nun weiß ich allerdings auch, dass meiner sehr nett ist in Begegnungen, ne, also nicht irgendwie völlig ausrastet oder so. Aber, ja, die Erfahrung mache ich tatsächlich auch, finde ich sehr, sehr spannend. Und, und was, was ich tatsächlich zu Anfang sehr hatte, der Knicker ist ja mein erster Hund. Und, ähm. Der fiel bei mir auch. Und, ähm, ich habe am Anfang, der ist als Welpe zu mir gekommen und ich habe wahnsinnige Angst gehabt, dass ein großer Hund kommt und ihn einfach aufrisst. Also ich habe, weiß ich nicht, wie lange ich echt Panik hatte, dass irgendwer kommt und diesen Hund frisst, ne. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe so eine Angst gehabt und habe mich ja dann irgendwann sehr intensiv mit dem Thema Körpersprache auseinandergesetzt. Und, ähm, das hat mir wahnsinnig viel geholfen, dass ich halt auch die Körpersprache von entgegenkommenden Hunden lesen kann. Und wenn dann ein großer Hund kommt und ich sehe, okay, der zeigt deeskalierende Sachen, der zeigt freundliche Signale, dann, da sage ich, okay, ne, da kann ich gut durchgehen. Aber das finde ich halt auch einen ganz wichtigen Punkt, ähm, dass man als Mensch ja auch Ängste vielleicht hat, die sich gegebenenfalls auch auf den Hund übertragen, ganz klar, wenn ich da solche Sorgen habe. Ähm, aber dass man da auch nicht unbedingt raus kann, aus diesen Sorgen. Und, äh, es ist ja auch, also ich, äh, ja, so halb, ne. Es ist nicht ganz unbegründet. Es passiert eigentlich ja dann doch relativ wenig. Also mir ist mit meinen Hunden noch nichts Dramatisches passiert, ähm, aber trotzdem. Und, äh, Philu ist zum Beispiel so einer, wenn dann so ein Jungrüde ankommt, der sagt dann nicht, ach, hör euch, geh mal, sondern der sagt dann, ähm, Moment mal. Ja, also der ist auch so grundsätzlich nett und so, ne. Ähm, der sucht, sucht keinen Streit und hat auch noch nie größeren Streit gehabt. Aber dann, äh, ist das manchmal so eine Situation, wo der größere Hund dann da steht und sich denkt, ach, okay, hm, auch doof. Und wo ich dann auch denke, naja, gut, äh, ich, das wollen wir mal nicht rausfinden, wer hier der Stärkere und der Coolere ist. Ja. Also das ist tatsächlich so, bei so einem kleinen Hund, ähm, naja, ähm, hm, wenn der versucht, die Foto aufzulegen, dann legt der halt durch die Foto auf, steht der halt an dem anderen Hund. Und dann denke ich immer, Hund, bitte, tu es doch nicht, du bist kleiner und das geht für dich im Zweifelsfall nicht gut aus, aber, ja. Ja, das stimmt, also das finde ich auch, also der, ich finde die Größe, die macht wahnsinnig viel aus, das stimmt. Also jetzt, wo wir so, so drüber reden, ähm, ja, ist das, ist das in vielen Situationen, auch wenn, wenn ich sehe, wenn meiner, der zeigt dann oft halt Meideverhalten auch, oder er zeigt ängstliches Verhalten, ne, du siehst, alles geht nach hinten und der weicht aus und so. Und wenn es dann ein großer Hund ist, dann ist es für mich nochmal viel, viel schwieriger, weil ich halt tatsächlich auch weiß, dass es, dass es richtig doof enden kann, zum einen. Und, ja, und meiner dadurch, dass er dann kleiner ist, auch viel zerbrechlicher wirkt dann doch wieder, ne, und man, ja, ich weiß nicht, also das ist schon schwierig, tatsächlich. Ja, gleichzeitig auch vielleicht, weil es ja auch immer heißt, so diese Unsicherheit, die man da vielleicht auch hat, darf man ja nicht haben. Ähm, wobei ich es ganz natürlich finde, weil eben da, ja, letztendlich 5 Kilo gegen 30 Kilo, das ist halt ein Unterschied, 5 Kilo gegen 50 Kilo ist nochmal ein größerer Unterschied und das sind ja alles Größenverhältnisse, die vorkommen können. Genau, und das finde ich, finde ich ganz wichtig, also man hört natürlich immer wieder, boah, da musst du selbstbewusst neben deinem Hund hergehen und dann stemmt er das Ganze. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, wenn bei uns ein großer Hund kommt, dann hat der Knicker Angst und der kann diese Situation nicht bewältigen, ne, wenn ein Pfeil auf ein großer Hund kommt, dann weiß ich, das schafft er nicht. Und in dem Moment, wo ich weiß, da kommt ein Hund, den er nicht schafft, also wo er die Situation nicht bewältigen kann, bin ich nicht mehr richtig cool. Also ich bin nicht kopflos und ich helfe ihm natürlich durch die Situation und wir machen das auch ganz gut gemeinsam, aber ich gehe jetzt nicht mehr so, wir sind voll cool, wir schaffen das, weil ich weiß, wir schaffen das eben nicht oder er schafft es nicht. Und ich finde es unfair, da den Menschen diese Aufgabe zu geben, du musst da einfach nur durchgehen, dann funktioniert das. Und nein, es funktioniert nicht. Also wenn, ich kann noch so cool durch diese Situation durchgehen. In dem Moment, wo mein Hund Angst hat und die Angst so stark ist, kriegt der nicht mehr mit, wenn ich selbstbewusst da durchgehe. Aber wenn wir jetzt beide relativ entspannt sind und ich werde auch einmal hektisch als Mensch und kriege Angst und sage, oh mein Gott, du wirst gleich befressen, dann ja. Dann übertrage ich natürlich meine Angst auf ihn, aber nicht andersrum. Natürlich kann ich ihn unterstützen und ich kann ihn auch in einer ängstlichen Situation noch ängstlicher machen, indem ich auch völlig kopflos irgendwie da rumkreische, ganz klar. Aber nur durch selbstsicheres Auftreten und da durchgehen und ihn wahrscheinlich mit der Leine noch mitziehen, mache ich mir keinen selbstsicheren Hund. Also da finde ich die Aufgabe wirklich sehr groß, die dem Menschen da gestellt wird und ich finde es schlichtweg falsch. Ja, das sehe ich auch so. Wobei es tatsächlich ganz spannend ist, als du gefragt hast, warum habe ich denn kleine Hunde? Und so ein bisschen, glaube ich, neigen natürlich Menschen dazu, die Hunde mögen. Aber es ist ja nicht abwegig, dass ein Mensch, der kleine Hunde hat und mag, vor großen Hunden auch Respekt und Angst hat. Also meine Älteste, die war vorher bei meinen Eltern, dann habe ich sie übernommen, weil meine Mutter verstorben ist und meine Mutter hat Angst vor großen Hunden gehabt. Und genau wie du sagst, die hat tatsächlich anfangs Angst gehabt, dass ihr dieser kleine Hund da irgendwie weggefressen wird oder über den Haufen gerannt wird und wie auch immer. Und dann waren die irgendwie zwei, dreimal so in der Hundeschule und das war auch für die alles so ein bisschen gruselig, weil auch große Hunde rumgerannt sind und irgendwie auch alles so ein bisschen, ja, fanden sie irgendwie nicht so. Und ja, also ich finde es ganz spannend irgendwie, dass natürlich sich das dann auch so ein bisschen bedingen kann. Ein kleiner Hund mit einem Menschen, der eigentlich auch große Hunde ruselig findet, das ist natürlich eine Ausgangslage, ja, nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach, aber durchaus ja auch eher berechtigt. Also ich meine, selbst wenn ich Angst habe vor großen Hunden, kann mir ja keiner sagen, ich darf mir jetzt keinen kleinen anschaffen. Nee, absolut nicht. Aber ich finde es tatsächlich so, das ist, glaube ich, vielen Leuten mit großen Hunden auch gar nicht klar. Die denken irgendwie, naja, der hat Hunde, wenn man Hunde hat, dann mag man Hunde, ne? Ja, das stimmt, ja, genau. Nee, das stimmt, genau. Ja, ich habe mir immer zum Kleinen angeschafft, weil ich gesagt habe, also dann kann ich den gut halten. Und wenn das mit der Erziehung nicht so klappt, dann kriege ich das auch noch hin. Also das waren so meine Überlegungen tatsächlich damals. Er sollte nicht ganz klein sein, deswegen haben wir den mit der größten Nase ausgewählt. Aber ich habe gesagt, gut, also ich möchte einen haben, den ich auf jeden Fall halten kann. Und das fand ich wirklich sehr schlau. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein 20-Kilo-Hund, wenn der mal so richtig anzieht und in die Leine springt, was der da für eine Wucht hinter hat. Also wenn ich manchmal staune, wenn meiner irgendwo unbedingt hin will, sei es der Erzwand, der vor uns gelaufen ist oder so. Und die haben ja eine Taktik drauf, die nehmen ja Ansprung. Erst warten sie einen Moment und dann nehmen die Ansprung. Und da hast du ja, das ist ja eine Power, die dahinter steckt. Das ist ja unfassbar. Und ich habe natürlich auch schon mal Kunden und Hunde gehalten, die größer sind. Und wenn die dann sagen, so wir gehen jetzt, dann ist das nochmal ganz anders. Und da bin ich über meine Entscheidung froh. Aber ich liebe auch tatsächlich heute die Größe. Ich würde weiterhin immer bei dieser Größe bleiben, weil ich die, ja die ist irgendwie handlich. Der passt gut auf den Schoß. Den kannst du zur Not auch mal auf den Arm nehmen, wenn irgendwas ist. Ja, passt gut ins Auto rein. Genau. Und tatsächlich so das Argument auch, wenn mal irgendwas ist. Ich meine, wenn du mal irgendwo in der Pampa unterwegs bist und der hat irgendwas an der Foto oder so, wie kriegst du den Hund dann wieder nach Hause? Genau. Und da hast du also gut bei 10 Kilo, wird bei dir ähnlich dann sein, wird schon schwierig. Also ich finde, das ist schon... Zur Not kann man sich denn immer irgendwo auf die Schulter und also wenn da irgendwas, was dreimal, viermal so schwer ist und die Beine fünfmal so lang sind, dann... Ja, dann geht das nicht mehr. Das finde ich auch. Also ich finde auch die Größe wirklich schön. Aber es ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Und wie gehst du damit um? Also ich habe es lange nicht gehört, aber es war früher öfter, dass irgendwer gesagt hat, ach da kommt dein Frühstück oder irgendwie, ach man, er hat schon gegessen. Wie? Ja, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Eher so dieses, gerade wenn meine Hündin so bellt, ach ja, so typisch, die kleinen Kleffer und so. Ja. Oder ja, die kleinen, das sind immer die mit der größten Klappe oder... Ja, oder nach dem Motto, ja, guck mal, du hältst dich ja für die Größte oder so oder für den Größten. Ach ja, ich bin ja eher so, ja, ja, ohne da irgendwie lange was zu erklären oder so. Die meisten wollen es dann ja auch gar nicht wissen, warum der kleine Hund dann bellt, sondern kommentieren ist halt einfach. Ja, aber so ein bisschen Wahrheit steckt dann ja für die Leute auch immer so da drin und tatsächlich scheint ja so die Wahrnehmung zu sein, wenn ein kleiner Hund irgendwie bellt oder irgendwie, ja, unwohl sein oder, naja, eher das Bellen, dass das dann so wirklich heißt, ja, der meint hier, dem gehört die Straße und so. Ja, oder er ist nicht erzogen, ne? Ja, das kommt auch noch mit dazu, klar. Sind die Kleinen, die sind eh immer unerzogen und so? Genau. Spannend, ja. Geht mir oft tatsächlich auch bei der Größe, wie ich sie habe, noch oft so, dass ich auch diese Sachen höre. Und dass das so ist, ja. Ich finde meinen übrigens gut erzogen. So, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Da weiß ich nicht, wie ich für meine da sprechen würde, aber ich lege auch die Regeln fest, ne? Also, meiner darf am Gartenzaun bellen, meiner darf auch bellen, wenn es klingelt. Das trifft meine zum Beispiel auch. Das siehst du? Dann sind deine auch gut erzogen, höre ich schon sofort raus. Ja, das ist ja auch wirklich immer sehr relativ, was heißt gut erzogen und was sind die eigenen Ansprüche und was möchte man. Und ja, und klar, ich meine, dieses Argument bei kleinen Hunden, wenn irgendwas schief geht, dann ist das Gefahrenpotenzial letztendlich nicht ganz so hoch. Ist ja auch mich von der Hand zu weisen. Es gibt sicherlich Leute, wo man denkt, ach Mensch, hättest du denn mal ein paar Nummern kleiner zugelegt? Genau, wenn es schief geht, ist es nicht ganz so, ja meistens nicht so gefährlich, ne? Vor allen Dingen auch für einen selber. Ja, ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede. Ich finde, wenn man so, meine Hündin, das ist so ein Mäusegebiss letztendlich, da ist, was weiß ich, nur ein paar kleine Zähnchen und so und so ein Terrier hat ja schon wieder, da möchte ich nicht von gebissen werden. Ne, das stimmt, die sind natürlich immer nochmal wieder eine ganze Ecke kerniger unterwegs, ne? Also, das ist ja das Spannende, letztendlich ist es ja fast ein mittelgroßer Hund mit ein bisschen kurzeren Beinen. Ja, genau, das stimmt. Also auch so Dackel und so, ne? Da ist ja im Grunde vieles groß, sondern halt die Beine sind kurz. Genau. Ja, Körpersprache. Wir sind bei Sprich Hund. Sollen wir ein bisschen über Körpersprache sprechen? Natürlich, gerne. Findest du, dass es da große Unterschiede gibt zwischen klein und groß? Ich würde es, glaube ich, gar nicht auf die Rolle zu beziehen, ne? Ne, also kann ich, würde ich jetzt spontan so nicht sagen, eher eben bedingt durch Lernerfahrung, dass wir eben schon, was wir eben schon hatten, dass kleinere Hunde vielleicht einfach schneller höhere Eskalationsstufen wählen müssen, wenn eben ihr deeskalierendes Verhalten nicht gesehen wird. Und genau, dann kann natürlich, kann es natürlich durch verschiedene Rassen und so oder durch kürzere Beine, durch all diese Sachen natürlich zu Missverständnissen kommen innerhalb der Hunde, ganz klar. Ja, das würde ich auch so sehen. Genau, aber das würde ich nicht unbedingt auf Größe, weil so Knautschgesicht, da gibt es in allen Größen, viel Fell im Gesicht gibt es in allen Größen, Ruten von bis in allen Größen, also, ne, da würde ich, glaube ich, sagen, ist körpersprachlich, haben sie rein theoretisch die gleichen Möglichkeiten. Ja, das sehe ich auch so. Und Bedürfnisse haben sie wie auch jeder Hund, ne? Kleine genauso wie große. Ja, und das ist ja auch ganz, ganz spannend, dass auch ein kleiner Hund will vielleicht Kopfarbeit haben oder will sich bewegen können und ist ja gar nicht mal unbedingt gesagt, dass nur weil es ein kleiner Hund ist, er zum Beispiel auch weniger Bewegung möchte. Da würde ich fast auch weniger sagen, ist nicht von der Größe abhängig, sondern eher vom Hundetyp und wie es irgendwie so passt. Wobei natürlich, vielleicht kann man das so sagen, die Rassen, die eher für ursprünglich wirklich Menschenbegleitung gemacht wurden. Aber sonst? Ja, also, ich fasse mal kurz zusammen. Kleine Hunde sind wie große Hunde. Und unterscheiden sich natürlich durch die Größe. Dementsprechend kann es in Hundebegegnungen da schon mal zu Missverständnissen kommen oder auch halt zum Ungleichgewicht, weil die großen Hunde, selbst wenn sie beste Absichten haben, einfach bedrohlicher wirken durch die Größe und weil sie immer von oben runter gucken. Auch in Menschenbegegnungen, ne? Ja, klar, die Menschen sind natürlich deutlich größer, ne? Für einen kleinen Hund. Und das ist bei kleinen Hunden, das ist auch ja so ein Effekt. Also Menschen machen mit kleinen Hunden ja schon eher mal Sachen, die sie mit großen Hunden nicht so machen würden. Ja. Also einfach mal so nehmen und auf den Schoß setzen oder so. Das machst du mit dem Labrador eher nicht. Ne, also wir hatten letzte Woche eine Begegnung mit einem Bekannten und der war ganz begeistert von dem Knicker und der beugt sich irgendwie runter und streifelt den so, ne? Und war auch noch alles okay. Und auf einmal nimmt er den und nimmt den hoch. Ja. Und ich denke, was macht der da, ne? Und der Knicker guckte ganz entsetzt und dann ließ er ihn auch wieder runter und Knicker erst mal so drei Meter weg und stand da und wir guckten also beide fassungslos. Und da habe ich gedacht, was war das denn, ne? Wie kann man denn, der kannte den Knicker gar nicht. Der hat den also in dem Moment kennenlernen. Und ich denke, wie kann man denn so einen Hund einfach so hochnehmen wollen, ne? Was denkt er sich dabei? Und das machst du halt bei einem großen Hund tatsächlich nicht. Da klopfst du dann mal drauf oder so, ne? Und das stimmt. Und gut, wenn du jetzt noch einen kleineren Hund hast, passiert das natürlich noch schneller. Ja. Genau. Und dann hast du natürlich schon wieder, wenn du gleich hast, eine Lernerfahrung, dass der Hund gelernt hat, oh, fremde Menschen sind doof. Ja. Die nehmen mich einfach hoch und knuddeln mich oder machen sonst irgendwas. Das stimmt. Ja. Da muss man tatsächlich als Besitzer auch noch mal ein bisschen besser aufpassen und sich da gegebenenfalls durchsetzen gegen. Ja. Und wie du so sagst, auf so Ideen würde man ja selber vielleicht gar nicht kommen, irgendwie einfach Hunde zu nehmen, die man nicht kennt, so, ne? Aber das war auch echt spooky. Also ich habe da echt nebengestanden immer und dachte, was tut er, ne? Also dann erst mal auf die erste Sekunde gar nicht reagieren können. Weil da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Also das haben wir auch ewig lange nicht mehr so erlebt. Also ich wüsste noch gar nicht, dass wir das so erlebt haben. Das passiert Els hier schon mal, nicht bei ganz Fremden, aber so bei Leuten, die sie schon ein bisschen kennen. Und da schubst, ist dann der Hund da. Und manchmal findet sie das okay. Aber am besten findet sie es natürlich, wenn man sie vorher fragt. Und wir haben tatsächlich ein Signal dafür. So, weil sie zum Beispiel hier die Treppen, die kann sie, könnte sie theoretisch laufen, die kann Treppen laufen natürlich, aber die sind so glatt und haben halt, sind offen. Das heißt, ich glaube, die hat einfach Schiss, dass sie da mal durchrutscht. Kann auch passieren wahrscheinlich. Also die traut sich nicht zu laufen, die muss hier getragen werden. Und da gibt es halt ein Signal, dass ich sie hochnehme und dann kommt sie so freiwillig gesprungen. Genau, das haben wir auch. Ich habe auch einen Hub aufgebaut und biete mich auch an in den Hundebegegnungen, wenn ich sehe, okay, es wird zu eng, dann sage ich, willst du aufmachen? Und entweder er will oder er will eben nicht. Oder manchmal, wenn er dann irgendwas sieht, was ich noch gar nicht gesehen habe, denke ich, was krabbelt mir da gerade am Bein hoch? Und dann nehme ich ihn schon immer gleich hoch, bevor ich überhaupt erst gucke, um was es eigentlich geht. Das finde ich eine sehr gute Sache, wenn man das aufgebaut hat, dass der Hund weiß, okay, zur Not ist er sicher. Ja, es ist manchmal ein bisschen brenzlig, weil es natürlich Hunde gibt, die finden das mal gar nicht witzig, wenn da so ein Hund auf dem Arm ist. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mal selber in Gefahr kommt. Aber da geht mir mein Hund tatsächlich vor. Ja, da denke ich auch immer, lieber ich als der Hund. Und letztendlich dreht man sich weg. Meist die Menschen dann doch, wenn es darum geht, dass der Hund an Menschen drangeht. Also es gibt ja auch welche, die darf man nicht hochnehmen. Und es ist doch klar, dass jetzt mein Hund da Interesse dran hat und so. Ja, mag sein, aber ist trotzdem noch nicht höflich. Ja, also ich bin auch klar für aufs Arm nehmen, ganz bestimmt. Auch gerade, wenn es noch kleiner ist, wie bei dir da mit diesen vier Kilo. Ich meine, da bist du einfach auch in der Friede. Ja, ich denke immer vier Kilo und es geht noch kleiner. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, halb so klein. Also ich meine, auch diese Storys von kleinen Hundwelfen, die von irgendwelchen Greifvögeln mitgenommen werden und so. Also das ist schon, also bei allem so, es sind richtige Hunde und so. Ja, sind es. Genau. Aber es gibt schon so Dinge, die passieren dir halt mit 20 Kilo und nicht. Das stimmt, ja. Genau. Und ich finde halt auch, die andere Sache ist ja die, also wenn du wirklich einen Hund hast, der dann Schutz sucht, der es gelernt hat, so wie ich gerade erzählt habe, wenn man da mir dann am Bein hochkrabbelt und ich gebe ihm in dem Moment den Schutz nicht, was hat er dann noch für Möglichkeiten? Er kann in den Angriff gehen oder er kann flüchten. Und ja, wenn er flüchtet, ist es auch blöd, ist er nämlich weg, wenn du Pech hast. Und Angriff wirst du letztendlich auch nicht. Nee. Also ist doch bei dir Schutz suchen eigentlich eine total tolle Sache. Na klar. Und ich finde flüchten, jetzt habe ich dich total da in deiner Zusammenfassung unterbrochen, aber zum Beispiel flüchten ist ja auch so eine Sache, dass wenn so ein kleiner Hund, der so einen hoppelnden, oder so durchs hohe Gras hoppelt oder so, dass dann natürlich teilweise auch so ein Beutereflex getriggert wird bei größeren Hunden. Und das ist dann auch nicht mehr lustig. Dann wird es richtig gefährlich, wenn die ins Jagdverhalten kippen. Wenn die nicht mehr erkennen, dass da ein Artgenosse gerade davon rennt. Die quietschen ja auch ganz gerne dann, wenn sie richtig Panik haben und wegrennen. Ja. Also was ich da tatsächlich total wichtig finde, ist, dass man da auch selber ja seinen eigenen Weg geht. Also ich habe zum Beispiel, der Knicker ist mir mal einmal von einer Husky-Hündin gejagt worden und er hatte einen Tag vorher die Erfahrung gemacht, da wollte er Schutz bei mir suchen. Und sie hat ihm den Weg abgeschnitten. Also diese Hündin lief immer ganz alleine draußen rum. Die ist immer zu Hause abgehauen und die hat uns dann hier immer irgendwo getroffen. Und den Tag vorher hatte sie ihm den Weg abgeschnitten. Das heißt, er war nicht zu mir gekommen. Er hat es versucht. Das hatte ich zufällig gesehen. Und am nächsten Tag trafen wir die wieder. Und aber ganz blöd an einer ganz doren Ecke. Das heißt, ich habe die echt erst im letzten Moment gesehen. Knicker war frei. Und der hat die gesehen. Der hat gesehen, okay, Konstellation fast so wie gestern. Die ist wieder irgendwie dazwischen. Ich komme nicht zu meinem Frauchen hin. Und dann hat er gesagt, okay, dann flüchte ich. Und die hat den gejagt. Und der war innerhalb von zwei Sekunden mal weg. Also ich bin mir noch nie so langsam vorgekommen wie in dem Moment. Also wirklich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe. Und der war weg innerhalb von zwei Sekunden, weil der war nicht 200 Meter um die Ecke. Und seitdem, also er ist Gott sei Dank wiedergekommen. Als erstes hat man mir übrigens die Haskelhündin gebracht. Also der war fast in der Stadt. Und ich habe alles angehalten, was irgendwie dann kam. Ein Auto ist völlig panisch irgendwie. War also ganz fürchterlich tatsächlich. Und er ist dann wieder da gewesen. Und seitdem ist für mich die größte Regel, wenn ein großer Hund kommt, leine ich meinen Hund immer an. Aus Sicherheit. Weil das möchte ich nie wieder erleben. Und das war so gefährlich letztendlich auch. Also Richtung Stadt, über die Straßen. Mit wahrscheinlich auch Todesangst. Also die ist ja hinter ihm her. Wer weiß wie weit. Und seitdem leine ich ihn an. Und du kannst es dir sicherlich vorstellen. Also es kommt ein freilaufender Hund. Der ist groß, meiner ist klein. Ich leine meinen an. Und dann kommt als erstes, sie brauchen den aber nicht anleinen. Und an der Leine, da machen die immer nur Theater. Und hier, die Leine ist schuld, wenn das jetzt nicht funktioniert. Und ganz, ganz oft. Und ich, ja, rechtfertige mich manchmal, meistens aber nicht. Ich sage meistens gar nichts. Aber es ist natürlich, es macht auch so ein bisschen was mit einem. Also du überlegst dann, naja, ist das wirklich richtig? Ja, es ist richtig. Weil, ne, wenn der in den Fluchtmodus geht, ist der kopflos und weg. Ne, klar hätte er theoretisch die Möglichkeit zu entkommen, ist er ja da auch. Also die Aspionin hat ihn nicht gefressen. Aber ich möchte die Situation tatsächlich für mich unter Kontrolle halten. Und das kann ich nur, wenn er an der Leine ist. Und ich habe immer eine 5-Meter-Leine dran. Das heißt, in der Kommunikation lasse ich die natürlich locker. Und er kann sich frei bewegen. Und wenn ich dann sehe, okay, der Hund ist völlig cool und das läuft auch alles, dann lasse ich die auch los. Also die ist ohne Schlaufe, ohne alles. Aber grundsätzlich leine ich an und lasse mir da auch nicht reinreden. Also da werde ich ja teilweise dann auch wirklich beschimpft, warum ich das tue. Und was ich mir dabei denke. Und ja, ich denke mir was dabei. Und ich finde, man muss das einfach auch mal respektieren, wenn der Gegenüber was macht, was man vielleicht nicht versteht. Absolut. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, dieses sich einfach nicht so gut reinversetzen können, wenn man irgendwie einen Hund hat, der groß ist oder der unproblematisch ist. Oder es gibt ja auch viele kleine Hunde, die sind absolut cool und die gehen ihres Weges und weichen vielleicht aus und dann gehen sie weiter. Und da will auch dann keiner was von denen. Aber ja, das ist ja immer diese Frage, alles ist Erziehung, ist alles nur Erziehung. Kann man alles beliebig hin- und wegerziehen, wie man es gerne möchte? Nein. Denke ich nämlich, aber so habe ich mir auch meinen Hund, also ich den, so der erste Gedanke, wenn man sich einen Hund kauft und irgendwie alles richtig machen will. Und es ist ja auch alles nur Erziehung, das kann man alles machen, wie man möchte und muss man halt nur ordentlich machen und dann geht das schon. Ja. Habe ich genauso gehabt, das ist sehr witzig. Ich habe gedacht, halbes Jahr gehst du ordentlich in die Hundeschule, bist konsequent, machst alles und dann ist der Hund, läuft den Rest des Lebens perfekt, mehr oder weniger, immer schön frei neben dir her, unter Kontrolle. Ja, und wenn man anfangs auch irgendwie da gut dann dran und dabei ist und dann ist der noch so Ende Welpenzeit und man denkt sich, ah, guck mal, wie toll der das alles macht und so schön und so und ich bin hier voll der Hundeerziehungsheld. Ja. Genau, so war das bei uns auch. Den konnte ich rausrufen als junger Hund, als Welpe schon. Da konnte sein Hund rausrufen aus irgendeiner Hundebegegnung, so auch, wir haben dann auch ganz wilde Hundebegegnungen gemacht und meiner ließ sich rausrufen und alles war total easy, weil ich halt total konsequent trainiert habe und er hat halt auch gedacht, das kriegt man alles hin, aber nein, das kriegt man nicht und eigentlich finde ich es auch sehr schön, wenn man dann mit einem Hund zusammenlebt, ja, der seine Bedürfnisse zeigen kann und der seine Ängste auch zeigt und ja, der seine Befindlichkeiten zeigt. Eigentlich viel schöner, aber es war auch nicht meine Vorstellung. Also ich hätte es mir niemals so komplex vorgestellt, wie es tatsächlich ist. Das finde ich mega spannend. Ich auch und ich glaube, das ist ja auch ein Weg dahin und das ist ja auch so ein bisschen so ein Weg, wie will man so ein Lebewesen sehen und wie will man die Bedürfnisse von einem Hund sehen? Und ich glaube, es gibt viele, die das, weiß ich gar nicht, nicht so reflektieren oder da nicht so Wert drauflegen, sondern eher eben dieses, das sieht halt gut aus, wenn der Hund gut funktioniert, also soll es gut aussehen und ob der Hund nun da irgendwelche Befindlichkeiten hat, ist auch egal. Ja, das stimmt. Und dabei ist es, ja, und du hast halt wirklich, du hast ja auch Hunde, die kannst du einfach, sag ich jetzt mal, erziehen. Die funktionieren gut, die gehen total entspannt und locker durchs Leben, aber das hört spätestens dann auf, wenn du einen Hund hast, der gesundheitliche Probleme hat und dadurch angeschlagen ist oder der halt nicht besonders selbstbewusst ist. Also meiner ist stressanfällig, meiner ist sehr oft introvertiert, das heißt, also so kommt es mir zumindest vor, also er zeigt wenig Sachen nach außen und der lässt sich extrem schnell hemmen. Das heißt, ich sage einmal, wir jagen keine Hasen, dann jagt er einfach keine Hasen mehr. Und ich sage das noch nicht. Also ich sage immer, wir jagen doch keine Hasen, was das kann sein. Und der lässt das, also jetzt übertrieben gesagt, weil er sich so extrem schnell hemmen lässt. Also es war für mich zum Beispiel auch so eine Sache, ich war so vorher so, naja, wenn ich jetzt will, dass der Hund in die Kiste geht, wo ich ein Bild machen will, dann nehme ich den selbst in rein und gut ist, das hat mir der Hund beigebracht, dass das so überhaupt nicht geht. Also mit dem machst du sowas nicht. Den setzt du nicht einfach irgendwo hin oder du, ne, nichts. Also du musst total bedacht leben gehen. Du darfst nicht mal einfach rumbrüllen oder so. Und der Hund hat mich extrem verändert, weil er so sensibel ist. Seitdem bin ich so ein netter Mensch, der ständig nett durchs Leben geht, sich kaum noch streitet, auch unterwegs. Also wenn ich irgendwen treffe oder wenn die mich beschimpfen, weil ich meinen Hund anleine, in der Regel bleibe ich ruhig. Ich meckere nicht zurück. Für deinen Hund bringt es alles andere, bringt nichts, ne? Genau, ich weiß, wenn mein Hund, der hat dann noch mehr Stress, also lasse ich es einfach. Aber wenn du dann so einen Hund hast, merkst du halt, wie schnell du an Grenzen kommst und wie unwichtig dann auch zum Beispiel ein super gut funktionierendes Sitz ist. Also brauche ich nicht. Wer es braucht, klar soll es trainieren. Aber du merkst halt, okay, du hast ganz andere Sachen, die wichtig sind. Wichtig ist, dass der Hund eine höhere Lebensqualität hat, weil er in eine Hundebegegnung besser klarkommt. Und dann übst du halt daran. Und da ist ein Sitz oder ein Platz oder ein gutes Gehorsam bei Fuß gehen oder so, finde ich dann unwichtig. Ja, das finde ich wichtig, dass man sich das mal einfach auch bewusst macht. Dass man vielleicht nicht den Hund kriegt, den man sich vorgestellt hat. Zum einen. Also ich wollte Hundesport und sowas machen. Ja, wie gesagt, ich wollte nie einen ganz kleinen Hund haben, der viel bellt. Das habe ich jetzt auch gekriegt. Und letztendlich ist das ja für einen selber auch eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Genau. Genau. So müsste man es sehen. So, Zusammenfassung bin ich raus. Willst du es zusammenfassen? Ich glaube aber, ich fand, ich hatte es ja auch schon zusammengefasst. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du, ich sehe, du guckst auf deinen Spickzettel. Ich gucke auf meinen Spickzettel, genau. Den musste ich mir machen, weil ich tatsächlich die genetischen Komponenten, die es gibt, die kleine Hunde, also die auch Auswirkungen haben, auf Verhalten, oder Auswirkungen auf Verhalten haben können. Das finde ich mega spannend. Okay. Dass es einfach so ein paar Gene gibt, die, und ich kann das nicht so super gut erklären, weil ich keine Biologin oder so bin, aber dass es halt so Gene gibt, die sich eben auf das Größenwachstum auswirken und dann aber andere Dinge machen, zum Beispiel so Verhalten oder sich auf Persönlichkeitsfaktoren angeblich wohl auswirken, wie also auf sowas wie Wagemut oder Kühnheit, dass also tatsächlich diese Gene machen können, dass kleine Hunde vielleicht doch mehr irgendwie solche Persönlichkeiten haben. Und da gibt es irgendwie Studien zu und letztendlich ist natürlich immer die Frage, also es gibt irgendwie ja so einen Wachstumsfaktor IGF1 heißt der und dessen Konzentration im Blut korreliert mit der Größe. Und das hat dann Einfluss zum Beispiel auf Lebensdauer. Also kleine Hunde leben ja auch, sagt man so, länger. Und das ist ja auch so, ne? Ich rechne eigentlich bei dem Cherrier mit mindestens 15 Jahren, besser noch mehr. Aber das kann ich natürlich mit dem Neufundländer vergessen. Genau. Ja. Also das heißt einfach so dieses, ne? Erziehung ist Erziehung alles oder gibt es eben noch ganz andere Einflussfaktoren, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel diese genetischen Komponenten? Genau, das hast du ja dann zum Beispiel auch bei Fellfarbe, ne? Also da weiß ich auch, dass es da noch Zusammenhänge gibt. Genau. Immer mit Anfälligkeit bei Krankheiten, aber auch Verhalten tatsächlich bedingt durch die Farben. Also ich kenne mich da auch null aus. Ich habe auch keinen Spickzettel. So viel sagt der Spickzettel auch nicht, aber einfach nur, es reicht ja auch für das Alltägliche oder für was muss ich im Training beachten, einfach nur um für sich so einschätzen zu können, was kann ich erwarten? Und woran kann es liegen? Und was macht es mit mir, wenn einer sagt, naja, du musst deinen kleinen Hund aber auch mal ordentlich erziehen? Und herrlich kann ich natürlich sagen, ja, das sind alles die Gene. Es geht leider gar nicht anders. Oder ich kann sagen, ja klar, aber vielleicht gibt es eben Grenzen oder vielleicht gibt es eben Faktoren, die auch ein bisschen außerhalb meines Einflussbereichs liegen. Genau, das ist super spannend. Und das ist also super gut und erwähnenswert auf jeden Fall. Weil das stimmt, da gibt es ja definitiv Zusammenhänge. Und das muss man sich halt auch klar machen. Und deswegen, ja, gibt es natürlich auch, weiß man ja auch, wenn man sich einen Hund anschafft, soll man sich auch vorher die Rasse-Eigenschaften und so angucken. Und auch das spielt dann natürlich dann wieder auch eine Rolle. Klar. Ja, ja. Ja, sehr spannend. Steht noch was auf deinen Zettel? Nee, ich glaube, das war es. Ja, also ich, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn du auch alles gesagt hast, können wir an dieser Stelle zum Schluss kommen, würde ich sagen. Ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war sehr spannend. Und ja, ich denke, wir werden bestimmt noch mal das ein oder andere Mal über irgendwas quatschen. Ich sage auf jeden Fall Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht und gerne ein nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Dann tschüss. Mehr zu Annika Meier findet ihr unter Hundetraining-herford.de Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Deine Christiane Jakobs.